Und ein Moinzen zum Vorbericht vor dem Spiel am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen. Abgangskandidaten, denn wurde vor einer Woche berichtet, Mafropanus hat wohl eine ligaabhängige Ausstiegsklausel. Bleibt man in der Bundesliga sind das wohl 30 Millionen. Viele Klubs dürfen also auf einen Abstieg hoffen, die vielleicht Interesse haben an ihm. Dann sind der Spieler immer generell billiger zu haben, wenn der Klub abgestiegen ist. Anders sieht es bei Thiago Tomasch aus. Der gehört uns nicht und wird das auch nicht tun, weil 15 Millionen Kauflationen werden wir nicht ziehen im Sommer. Tomasch selbst auch unschlüssig, beziehungsweise halt auch ein bisschen unklar, was er machen will. Er hat auch jetzt gesagt, dass er gerne bei seinem Jugendklub und ja auch dem er gerade gehört noch, also Sporting, gerne weiterspielen würde auch. Nun Gerüchte um andere Bundesligisten die Interesse zeigen. Mal sehen, was im Sommer mit Tomasch passiert. Girassi-Unklarheit. Ich weiß, dass es viele Optionen gibt. Das ist das Zitat von Seru Girassi, unserer Lebensversicherung vorne im Sturm. Aktuell noch von Startrennen ausgeliehen. Wir haben die Kauflation, 9 Millionen, gegenüber von Skyter gesagt, dass es möglich ist, dass er zu Rennen zurückkehrt, dass er in der Bundesliga bleibt oder auch beim VfB bleibt. Hört man nicht so gerne, weil viele, ich irgendwie auch eingeschlossen, haben es ja eigentlich als sicher verbucht. Wenn wir drin bleiben, in der Bundesliga bleiben, die 9 Millionen auf dem Konto haben, dann zahlen wir es ja, dann gehört er uns. Hoffentlich ist das auch so über den Sommer hinaus. Vereins-News, machen wir ein paar schnelle Vereins-News. Der VfB, schon länger her, hat die Lizenz erhalten, nicht an Bedingungen geknüpft von der Deutschen Fußball-Liga. Die Mitgliederversammlung wurde nun aus organisatorischen Gründen vorverlegt. Ursprünglich am 17. September, jetzt am 10. September. Ursprünglich in der Schar Arena, jetzt in der Mercedes-Benz Arena. Am Sonntag, Einladung geht noch raus an die Mitglieder. Und noch einen Abschluss gab es. Thomas Krücken, der Direktor von unserem Nachwuchsleistungszentrum, hat den Lehrgang Management im Profifußball von DFB und DFL abgeschlossen. Die Wagnoman Awards, so muss man den Unterpunkt hier eigentlich einfach auch nennen, ist für zwei Geschichten nominiert. Joscha Wagnoman, einmal für den Rookie of the Month. Konkurrenz hier halt Mathis, Delicht und Jakub Kaminski. Gerade mit Delicht, Bayern, Fanbase viel dahinter, geht ja um Abstimmen dort. Deswegen Chance nicht so hoch, dazu natürlich gerne abstimmen. Alles wieder im Sammellink drin, die ganzen Geschichten. Und noch krass, auch da gerne abstimmen. Er ist für den Player of the Month nominiert, so vor allem von EA und für FIFA 23 das Ding. Hier natürlich auch eine ordentliche Konkurrenz am Start im April. Die Wahrscheinlichkeit auch da nicht so hoch gegen Mahlen, Diaby, Pavard, Werner und Frimpong. Aber stimmen wir mal ab, vielleicht kommt ja irgendeine Worte rum. Bayer Leverkusen, unser Gegner am Sonntag, 15.30 Uhr. Und seit Xabi Alonso, der Trainer, ist absolutes Top-Team, da wo sie auch hingehören oder spielen so, wie sie spielen sollten. Hat sie auch vor der Saison in der Prediction, glaube ich, so ein bisschen als Überraschungskandidaten, so fast auf Platz 2 getippt gehabt, glaube ich, dass ich es richtig im Kopf habe. Weil der Kader einfach krass ist, weil sie ihn auch zum Sommer zusammengehalten haben, den Kader noch verstärkt haben. Komischer Saisonstart, jetzt läuft es aber wieder, Bundesliga, Europa League, möglich. Da können sie nämlich noch Platz 6 verteidigen, höher wird es da wahrscheinlich nicht mehr. Champions League trotzdem noch möglich, weil Europa League Halbfinale gegen die AS Rom, diese Woche und nächste Woche. Und der Sieger dieser Europa League spielt ja Champions League, also wird einen großen Stellenwert haben in Leverkusen, der Wettbewerb. Bisschen Name-Dropping einfach, um die Qualität pur hier darzustellen. Frimpong, Tabsobar, Antrich, Würz, Adli, Diaby und da sind nur ein paar genannt. Das ist Qualität pur, klarer Favorit am Sonntag und hier auch wie immer gerne meinen Einspieler zur Partie im Pod Cannstatt anhören. Aufstellung, hier gibt es ein paar Änderungen, auch jetzt nichts Überraschendes. Karasor nach Gelbsperre zurück, schon mal wichtig. Mafropanos wird noch nichts gegen Leverkusen, aber gibt zumindest leichte Hoffnung, dass wieder eine Option ist gegen Mainz 05, dann auswärts nächste Woche Sonntag. Dazu gab es eine Verletzung in der Woche bei Zagadou, da klang es aber über die Tweets zur PK auch so, dass das schon klappen könnte. Am Sonntag ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, sonst ändere ich auch nichts groß ab an der Startelf, weil sich irgendwie auch von den Bankspielern her oder generell vom Kader nichts anbietet, wo ich sage, komm, pack den doch lieber in der Startelf. Deswegen Bredlo, Anton, Zagadou, Ito, Wagnermann, Endo, Karasor, Sosa, Tomasz, Mio und Gerasi. VfB Leverkusen, Prognose und ein bisschen auch ein generelles Gefühl wieder hier einfach, generelle Situation wieder hier. Niederlage in Berlin, am Montag lange ausführlich darüber gesprochen gehabt, war maximal dumm. So, Gewinn da und du hast quasi keine Probleme, dümmstmöglicher Zeitpunkt, aber oder vielleicht auch eben auch deswegen, weil wir eigentlich in einer guten Phase waren, hoffentlich noch sind, ne. Wir haben dann Bundesliga ungeschlagen gewesen unter Hoeneß bis jetzt zu Berlin. Siege in Bochum wichtig, Siege gegen Gladbach brutal wichtig, im Pokal raus, ja, aber die Leistung auch da war in Ordnung. Alles gepasst, so ein bisschen unglücklich gewesen und dann eben jetzt so in die Lage, ne. Wie letzte Saison, 31 Spieltag, Pleite in Berlin, aber, um das positiv zu sehen, letzte Saison gab es danach fünf Punkte, drei Spiele ungeschlagen. Wolfsburg, Bayern, Köln, ähnliches Programm, würde ich sagen. Ähnlich schwer, wie jetzt hier bei uns, Leverkusen, Mainz und Hoffenheim. Ähm, und was wir auch kennen, ist der Klassiker, nach Kack-Spielen kommt bei uns ein besseres. Leverkusen ist auch ganz grundsätzlich anders als Berlin, ähm, als Gegner, von der Rangehensweise her, natürlich trotzdem scheiße, ne. Bilanz, Statistikfreund, letzter Heimsieg gegen die war 2010. Das ist 13 Jahre her, aber, mal gucken, vielleicht wird es ja besser und wie gesagt, ist anders als Berlin. Die wollen mitspielen, die wollen und können Fußball spielen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Tempo, Konter, das müsste uns, das müsste uns besser liegen, da mitzuspielen, einfach dagegen zu halten, selbst zu kontern, dann. Und wie gesagt, sind ja eigentlich auch in einer guten Phase aktuell, ne. Einfach, also, einfach weitermachen, das Ding abhaken, abwischen, das Hertha-Ding, das verlierst du jede Saison aufs Neue so, das einfach als Ding abhaken und weitermachen. Ausverkaufte Hütte, die Jungs pushen am Sonnergier, da ist Vollgas auf den Rängen, dann auch Vollgas auf dem Platz hoffentlich, oder der berühmte Funke überspringen lassen. Punkten ist ja eigentlich schon wirklich Pflicht, wenn du noch einen direkten Klassenerhalt holen willst. Sagt aber auch ganz ehrlich, ich sehe den Sieg nicht wirklich. Also, auch wenn Leverkusen viel reißen muss, Donnerstagabend, AS-Rom, ne, alles hier geben, kann ein Vorteil sein, ist hoffentlich ein Vorteil. Hoff auf einen Punkt, aber wenigstens siegst sich nicht ganz, auch wenigstens einen Punkt wie 2020, 1 zu 1. Nachzügler, denn mehr zum Spieltag morgen natürlich, zum 32. im Tipp-Video, aber wir werden diesen Nervenkitzel haben jetzt. Ziehen an beiden Spieltagen nach, die relevante Konkurrenz hat immer schon gespielt vor uns, das kann gut sein, dass es schön ist, wie letzte Saison, vor letzter Spieltag, Bielefeld verloren, Hertha verloren, dann fährst du nach München und weißt, oh, hier geht was, ging auch was, Punkt geholt. Kann aber auch scheiße sein, wenn der Rettung gepunktet hat vor dir, doofes Gefühl, Freitag jetzt für diesen Spieltag, Köln-Hertha, Samstag Hoffenheim-Union, Bochum-Augsburg und Bayern-Schalke und wir am Sonntag. Und damit war es das von diesem Vorbericht, gerne natürlich Like und Abo dalassen, ganz klar Geschichte und auch hier mal, Samstag früh wird es ein geiles Video geben, wahrscheinlich mache ich es als Premiere dann, schauen wir mal, aber dann wird ein geiles Video kommen, freut euch drauf, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.